ja leute und wie geht es und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar was wird es heute so geben ich werde heute so eine kleine room tour machen in mein zimmer durch mein umkleidezimmer und dann gibt es dann so noch ein bisschen ja heute gibt es halt einfach eine room tour und dann würde ich mal sagen werden jetzt mal loslegen und zwar fangen wir mal an fangen wir mal die betten das war also dann schon sagen fangen wir hier an und hatte 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 hat 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 man es so er so und zwar hier so hier hier schläft meine tante hier schläft meine oma zeit und dann kommen wir rüber zum anderen bett leute 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 hier schläft mein bruder also mein mittlerer bruder wird auch im kanal ähm der heißt antinu renz und hier schläft mein kleiner bruder ähm das gehen wir mal wohin das gehen wir dann hier rüber hier haben wir ein regal mit so ein paar alten kassetten von disney in so einem schritt und so ein shit und dann gehen wir mal rüber hier ein bisschen klavier ich spiele nämlich ab und zu mal auch klavier dann haben wir noch ein regal auch mit kassetten was haben wir noch hier wir haben mir noch mein bett mein bett mein bett hier hier schlaube ich so auf seine kauf schon vielleicht mal sagen läuft bei mir sommer hier noch wir haben hier ein fernseh eine ps4 mit so ein paar controllers so jeder schon ein bisschen am arsch aber läuft fließt dann haben wir hier noch eine wie jugend sein weiß dass man bleiben das heißt egal sind wir hier noch so ja hier habe ich dann noch so so ein tisch aber unversammt erzähle ich mir sagen wir gehen es mal weiter rüber zu meinen umkletter raum und dann karte moment und wir sind schon da und ich bin noch kurz überbelichtet aber das war es dann auch schon und natürlich war anfangen also so einmal groß in den ganzen zu uns hier seht ist das unkleide zimmer fangen wir mal hier beim ersten schrank an und zwar hier haben wir im moment 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 leute hier haben wir interessantes zeug hier fangen wir an weil mein bruder sein schrank okay hier ist mein bruder sein schrank ja das war mein bruder sein schrank jetzt gehen wir darüber zu bleiben doch bei seinem schrank aber er hat nämlich noch ein schrank und zwar der ist hier drüben dann muss man den koffer weg stellen dann sieht man den auch schon und zwar ist der hier und jetzt sollte kommen wir zum besten natürlich zu meinen schranken etwas aber kommt ehrlich zu meinen schrank jetzt und zwar hier drüben mein schrank ist nämlich hier drüben wenn ich sagen fließt bei mir weil mein schrank hier ist entweder ist das türkische das geld ja nicht möglich polen auf polen aus polen kommt das geld so was haben wir hier denn alles so gutes und wir haben hier nämlich erst mal die hosen zurück hier sind nur ein paar hemde und jacken hier sind jogginghosen meine schuhe sind gerade nicht die nicesten aber man kann mit leben kann mit leben jungs und mädchen was haben wir hier noch so ein haben wir hier noch so ein schrank sagt ganz schön oft m m hat er auch interessant was nichts drin ist und hier ist noch ein schrank von mir hier habe ich nehme ich eine kamera mit die täglich eigentlich jetzt film aber keinen bock gehabt weil ich gefunden habe jetzt habe ich es ja gefunden aber trotzdem egal wir machen jetzt mal weiter hier das ist mein schrank was haben wir hier pullovers und noch ein paar hemde auch pullovers wir haben die hat er kein plan wie man die nennt wie nennt man die sachen hier warte ich hab's gleich ich hab's gleich ohne moment das ist aber wie nennt man das hier wie nennt man den schittier ich hab kein plan naja auch noch mal ein paar pullovers pullovers das war's doch eigentlich die room tour und leute möchte nur eine person grüßen und wissen wer das ist was ist die die dieses video hier jetzt bearbeiten wird und wisst ihr wie die heißt baser und zwar ist das besser 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 keine mensch was aber sie als ehrlich besser und täglich sagen wir sind wie auch am ende vom video und hätte ich mal sagen lasst leiter abonniert hatte mich nicht richtig also vergesst nicht zu leiten zu abonnieren wenn es gefallen hat weil dieses video und peace out and ciao